Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Show-Up-Part. Wir spielen dieses Mal im Oberstier. Heute besteht unser Team aus einem speziell defensiven Claude Sai mit Wartup Sub, dann hätten wir noch ein A2F Fairy physisch defensiv mit Gedankengut, ein mixed defensives Geratino Origin mit Defog, Dragontail, Shadowsneak und Will-O-Wisp, einem speziell defensiven Tinglew mit Wirbelwind und Spikes, Troispex Miraydon und ein Unwear Skelly Dirt, physisch defensiv. Unser erster Gegner, Azois Crown, Miraydon, Satian, Chiou, Mute und Aron Bundle. Gut, wir lieben einfach mal, also er kann keine Rocks legen, außer er will die Rocks mit Azois legen. Wir lieben einfach mal mit Miraydon, der Gegner mit Chiou. Wegen auf Electro-Drift, Darkpulse tanken, solange er kein Flinch kommt, ist das Ding K.O. Auch, wenn er Choice-Gaff war, er kann uns nicht killen. So, Miraydon kommt. Unsere Antwort ist dafür, Ting Lu. Sehr schön. So, und wir drücken einfach mal Ruination. Session Crown kommt rein, okay. Da kommt schon mal sehr viel Chip. Und wir können jetzt einfach mal in Skelly Dirtz gehen. Play Rough macht irgendwie null Schaden, könnte man sagen. So, wir gehen jetzt auf Will-O-Wisp. Crunch macht okayen Schaden. Und jetzt ist Session Crown verkrüppelt, sehr schön. Unsere Wing Con, hier ist auf jeden Fall unser Artois Fairy. So, was will das Ding gegen mich tun? Wir gehen einfach mal in Ting Lu. Psy-Strike, ja, Lefty, Spikes, muss ich nicht tricken. Chip auf ihren Pokken mit EQ ist auch gut, sehr schön. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in Artois raus. Das müsste wahrscheinlich ein Detens Artois sein. Ich habe so viele Artois-Varianten gespielt, aber noch kein Detens Artois. Ich weiß nicht, warum. So, Drift bitte, danke. Also, so ein Artois Crowd mit Detens. Sub. Ikki und noch ein Shadowclaw vielleicht. So, jetzt macht er nicht so viel Schaden mehr. Wir können einmal auf Call Might gehen. Wir recovern jetzt einfach mal. Einen Electro Drift werden wir tanken und dann können wir auch scouten. Okay, er geht in den Fairy Attack. Jetzt bekommt er keinen Step. Perfekt. Weil er keinen Step bekommt, ist das perfekt für uns. Solange ihr halt kein Grit bekommt. So, Psy Strike. Geht er nicht auf die physische Verteidigung, oder? Aber macht trotzdem keinen Schaden. Und Yuto, weg mit dir. Sehr schön. Ja, so ist Ferry ist eins der gefährlichsten Sweeper derzeit. Hier gehen wir einfach mal auf Recover. Der hofft jetzt wahrscheinlich auf einen Freeze, kann ich mir vorstellen. Judgment. Okay, der Gegner hat den Kampf aufgegeben. Yay. Dann werde ich einfach mal den nächsten Gegner suchen. Der nächste Gegner hat ein Skellydash, Ditto, Koraydon, Meraidon, Azois, Normal und Kraytask. Gut. Ditto ist ein Problem. So, wir leaden einfach mal mit Tinglu. Der Gegner leadet mit Koraydon. Unser Switching ist dafür immer Skellydash. Yutern okay, aber den kann ich immer reinmixeln. Great Husk. Azois glaube ich sogar. Ice Spinner. So, hier können wir jetzt einmal Chargement drücken. Er hat nicht wirklich einen Switch noch so Skellydash. Headlong Rush tanken wir. Sehr schön. Kann ich jetzt nicht eigentlich? Zweimal Recover drücken. Okay, er wechselt raus. Also war das perfekt. Sehr schön gut. Hier werden wir jetzt einfach mal Will-O-Wispen. Azois, okay. Das heißt, wir wechseln raus in Skellydash. Ja, in Koraydon. Okay, passt. Und jetzt kann ich einmal Free Hex drücken. Oder wir gehen auf Will-O-Wisp. Hoffentlich geht er nicht in sein eigenes Skellydash. Haben wir überhaupt Speed für gegnerische Skellydash? Okay, Mirai-Don geburned ist auch immer sehr beautiful. So, haben wir theoretisch Speed Emenspin. Nein, die 8 Speed will ich haben, dass ich gegnerische Skellydash auch speeden kann. Safe. So, Ting Lu. Er geht in Great Husk. Okay. Wir gehen in Giratina. Ice Spinner. Okay, das hat der Gegner gut prediktet. Wir gehen jetzt in Azois wieder. Okay, die zu Fairy kommt. Wir drücken hier einfach mal Recover. Oder wir burnen das Ding. Hmm. Wir drücken Recover. Dann burnen wir einfach mal. Oder warte mal. Ist der? Der muss Choice Cups eigentlich sein. Das heißt, wir können in Skellydash gehen. Und Torch Song drücken. Und Hex. So, Mirai-Don kommt. Der bekommt jetzt sehr viel Chip. Danke für den Chip. Der war wichtig. Wir gehen in Ting Lu. Er geht in Koraidon. Wir gehen in Skellydash. Wir spielen ja eher ein speziell defensives Team. Also eher ein defensiveres Team. So Headlong Rush tanken wir. Und hier können wir immer Recover drücken. Solange wir noch genug Recover-HP haben. Wir gehen jetzt mal in Klotz. Will-O-Wisp egal. So, die Rocks will ich jetzt rausbekommen. Auf Spikes wäre besser. Wir gehen einfach mal auf Toxic. Koraidon kommt rein. Toxic auf Koraidon. Ist okay. Könnte man sagen. Wir gehen auf die Rocks. Predigt Newton. Passt. So, jetzt bekomme ich auch noch die Rocks raus. Ditto. Jetzt kann ich hier Free of Recover gehen. Gut. So. Ähm. Okay. Hier ist 5 Hucken. Wir werden von den Rocks getroffen. So, wir werden Toxiken. Der muss rauswechseln. Da geht den Koraidon aber. Und dann gehen wir in Skelly Dirge. Also wenn es geht, würde ich gerne die Rocks entfernen. Aber ist es nicht zu dringend, dass ich wirklich die Rocks auf unserer Seite entfernen will. Muss. So, er geht auf die Juton wieder. Ja, der muss eigentlich immer auf die Juton gehen. Miraiidon ist gebürnt. Die Rocks sind draußen. Great task. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass er einmal spinnen will. So, jetzt greift er an. Und wir gehen in Klotzseye, oder? Klotzseye finde ich in diesem Kampf jetzt nicht so schnieke. Dragon Pulse. Okay. Dann können wir einfach hier auf Recover gehen. Und sein Pokémon stirbt. Dragon Pulse. Ist das ein Double Dance gewesen? Ne, Abbey Dude Deboots weiß auch nicht. So, hier gehen wir auf Toxin. Der ist bis jetzt sechsmal auf Juton gegangen. Beim nächsten Mal geht er auf eine Angriffsattacke. Denke ich zumindest. Okay, Ditto können wir leider nicht vergiften. Aber ich kann mich hier wieder hochheilen. Danke. Warte mal. Okay, der killt mich. Dammit. So. Ditto ist, wie gesagt, ein kleines Problem. Die Hazards brauche ich eigentlich nicht mehr, ehrlich gesagt. Setuppen kann ich mich aber auch nicht wirklich. Er ist auf Eco gelockt, deshalb kann ich free an Giratina gehen. Und einmal auf Dragontail, ehrlich gesagt. Oder auf Will-O-Wisp gehen. Ehrlich gesagt kann ich hier einmal free auf Dragontail gehen. Oder auf Divock. Will-O-Wisp wäre auch eine Wahl. Wie gehen wir auf Will-O-Wisp. Keine Ahnung, in was er gehen will. Wenn er drinnen bleibt, wäre das für uns auch gut, ehrlich gesagt. So, Tinglewist ist auch nicht mehr so wichtig. Die Skelly-Dirge ist wichtig auf jeden Fall. Das Donf. Also, ich wollte schon wieder Donfans sagen. Aber nein, es ist Grey-Task. Grey-Task ist auch nicht mehr so ein großes Problem. Der Grund ist klar, glaube ich. Da ist langsam. Das A2-S und A2-S tankt immer in der Attacke. Und das Ding kann ich wieder reinwechseln. So, wir haben noch 5 Recover. Okay, gut. Der Gegner überlegt auf jeden Fall noch. Probieren wir dann das Mew zu ziehen, oder? Ja. Nach diesem Kampf können wir mal das Mew zu ziehen probieren. Also, ich habe das gleich Team gebaut. Nur, dass ich statt Lord Sire Mew zu haben. Okay. Da geht sogar ein Skelly-Dirge. Dann gehen wir auf Shadowsneak. 25%. So, Mirai, dann kommt rein. Und hier können wir Draco-Meteor drücken. Das Ding ist weg. Holy shit. Wirklich. Jetzt kann es zu einem Kampf zwischen Skelly-Dirge und Skelly-Dirge werden. So, wir gehen jetzt einfach mal in Tingu. Wenn er sich setupen will, gehen wir auf Wirbelwind. So, Ruination oder EQ? Wir gehen auf EQ. Okay, da wird sich setupen. Wir gehen auf Wirbelwind. Er geht auf Zaun sogar. Okay. Dann hat er noch Extreme Speed. Wir gehen einfach mal auf Ruination. So, guter Schaden. So, wir könnten uns jetzt Terra kristallisieren und Erdbeben drücken. Dann reicht aber Shadow Glow aus, um uns zu besiegen. Mal überlegen. Wir gehen auf EQ einfach mal. Okay, der killt nicht. So, Skelly-Dirge. Terra und Will-O-Wisp. Shadow Glow. Tank mir Will-O-Wisp. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe, dass Korridon jetzt nicht mehr ein Problem... Dass Korridon jetzt nicht so ein Problem ist. Gut, wir gehen einfach mal auf Slack auf. Funktioniert nicht. Okay. Wir gehen in Arzois, oder? Wir gehen in Arzois. Skelly-Dirge brauche ich noch, denke ich. Ja, wir gehen in Arzois. Der ist schon gebirnt, wie gesagt. Extreme Speed macht keinen Schaden. Wir können hier auf Recover gehen. So, nochmal auf Recover. Oder gehe ich einmal auf Call Mind. So, wir gehen einmal auf... Oh, damn it. Okay, der stirbt jetzt. Aber ich glaube, das musste ich jetzt gerade tun. So, Choice Gavdito ist kein Problem, glaube ich. Co-Raidon. Okay. Wissen wir was von dem Ding? Außer, dass er gepoisoned ist. Eigentlich nicht. Wir könnten Skelly-Dirge opfern. Den brauche ich eh nicht mehr. Aaron hat. Ist er auf diese Tuck jetzt gelockt? Wir können hier Free Draco Meteor drücken. Ja, das werden wir auch tun. Heiß ist es. Die Sonne und Elektrofil ist draußen. So funny. Aber eins muss man es schon sagen. Die beiden Cavalegis, die wir derzeit haben, die sind overdesigned. Das muss keiner andere sagen. Die sind einfach zu gut. So. Aaron hat, bitte, bitte komm durch. Danke, danke, danke. So, jetzt dürfte Ditto kein Problem mehr sein. Der Spezialangriff ist auf Minus 3. Draco trifft nicht, aber das ist uns hier eigentlich egal. Draco kommt und diesen Kampf haben wir dann 2 zu 0 gewonnen. Yay. Dann werde ich mal den nächsten Gegner suchen. Okay, wir haben gerade mit einer Ladder von 1.606 Punkten besiegt. Also Top 1. Top 35 haben wir gerade besiegt. Yay. Der nächste Gegner. Der ist gleich in Skelly-Dirge raus. Ah, geht in Iron Threads raus. Okay. Der ist speziell defensiv. Der kann Rocks oder so legen. Wir können in Giratina gehen. Denn was will Iron Threads machen? Rapid Spin. Knock. Stathrock und Eke. Nichts kann Giratina schaden. Ja, knock 18%. Danke. So, und ich kann irgendetwas Free Will-O-Wisp oder... Wir predikten einfach mal Chiyuuu und gehen in Miraiadon. Perfekt. Und wir gehen auf Overheat. Obwohl, wenn er so spielt, ist er auf jeden Fall Choice Garf. Oder auch nicht. So, wie viel Schaden machen wir diesem Pokémon? 0. Okay. Gut, wir gehen in Giratina. Und gehen in Miraiadon. Crowdon. Gut. Overheat würde ich... Oder... Draco Meteor. Komm. Kill Crowdon. Yay. Das war wichtig. Sehr schön. Crowdon ist down. Das ist gut. Fluttermane. Gut. Dafür haben wir Klotzseier eigentlich. Speed Boost. Okay. Er geht in Chiyuu. Okay. Der geht jetzt auf die Feuerattacke. Wir gehen in Giratina. Tera Fireblast macht guten Schaden. Wir gehen auf Shadowsneak, um es anzuchippen. Und Giratina opfern wir jetzt mal. Gut. Wir können in Miraiadon gehen. Und Overheat drücken. Der wird jetzt in Iron Threads zurückgehen. Ja. Drift bitte jetzt einfach mit Overheat. Das wäre auch huge. Jetzt könnte man theoretisch immer Electro Drift drücken. Yay. Sehr gut. Corrado kommt rein. Da haben wir auch einen perfekten Switch in Klotzseier. So. Das ist Arzoyes Fly. Muss ich ein Pokémon abwerfen? Der ist Joy Specs, glaube ich. So. Skeletage brauche ich auf jeden Fall noch. Und Klotzseier. Gut EQ. Okay. Gut. So. Electrofellist ist weg. Dammit. Egal. Wir gehen in Miraiadon. Und drücken Electro Drift. Kill da ein Pokémon von Gegner. Fluttermane. Okay. Weg mit dir. Bam. Die Sonne ist auch noch eine Runde draußen. Das ist gut. So. Der wird jetzt rauswechseln auf die Trankler. Dammit. So. Besieg mich jetzt Gio. Noch nicht fix. So. Arzoyes und... Call Mind. So. Will-O-Wisp. Wenn das. Die eine ist die... Ich kann ehrlich gesagt Arzoyes Fly nicht einschätzen. Wie spielt man Arzoyes... Okay. Judgment. Will-O-Wisp haben jetzt rausbekommen. Sehr schön. So. Mh. Recover. Keine Ahnung. Flare Blitz macht Null Schaden. Vielleicht können wir die Sonne ausstallen. Will-O-Wisp. Der ist auf jeden Fall Joy Scarf. So. Arzoyes Ferry hat uns den Kampf geholt. Sehr schön. Wann werde ich ihn mal in den nächsten Gegner suchen? Und zunächst Gegner hat Mimigma, Spectre, Dragapult, Anni-Labe, Serulage und Fluttermane. Ein Geist-Team. Interessant. Tengu ist glaube ich gut. Der wird auf jeden Fall mit Anni-Labe leaden. War klar. Wir können hier auf Electro Drift gehen. So und der will die Rocks rauslegen. Oder ich verstehe wirklich nicht, warum man Anni-Labe so spielt. So. Ich frage mich gerade. Haben wir einen Terra Dark Typen? Nein. So gut. Dragapult kommt rein. Wir können jetzt so immer Tenglu reinholen. Oder geht das sogar vielleicht auf Will-O-Wisp. So Light Screen. Gut. Wir gehen auf die Spikes. Eine Lage der Spikes will ich wegen einem möglichen Sash-Serulage haben. Shadow Sneak auf Ghirazine ist auch nochmal gut. Und wenn wir unser Feuer, Starter, Mon Terra kristallisieren, hat er auch keine Schwäche mehr. So nochmal Spikes. Denn der könnte jetzt Curse drücken. Oder geht wirklich in Serulage und wir drücken Wirbelwind. Bitter Blade macht null Schaden gefühlt. So. Flutterman ist vielleicht wieder ein anderes Problem. Okay. Das Ding. Da gehen wir in Klotz. Ja. Ja. Ich denke schon. Moonblast tanken wir. Wir gehen jetzt einfach mal auf Toxic. Cut der Psy-Shock. Normalerweise Spookball. Moonblast. T-Bolt. Und Call-Mind. Oder Psy-Shock. Gut. Der kann nichts gegen mich ausrichten. Das ist gut. Hier können wir einfach mal wieder. Recover theoretisch drücken. Oder Toxic. Wenn er rauswechselt. Nochmal. Flim. Okay. Oder Misklefire. Könnte man auch haben. Dann ist der 4-Attacks. Gut. Wisst ihr. Ich habe eigentlich nur Klotzseier so eingepackt, dass ich noch etwas gegen Kyogre habe. Aber wo sind die ganzen Kyogre? Ich habe noch keins gesehen. Gut. Hier nochmal. EQ maybe. So Spookball macht okayen Schaden. EQ macht guten Schaden. Und durch. Das Toxin stirbt und die Screens sind weg. Was will man mehr Leute? Wir haben auch Spikes für Serulage. Okay. Es kommt noch rein. Geht ihr jetzt auf Bitter Blade? Bitte. Okay. Kann er sich voll heilen? Nein. Das ist sehr gut. Und wir können jetzt hier Free Electro Drift drücken. Okay. Shadow Sneak. Und weg mit der Serulage. So. Dragapult. Gut. Wir sind langsam. Aber wir haben auch dafür Tinglu. Muss man sagen. Will er wieder die Screens rauslegen? Dragon Darts. Okay. Wir gehen auf Ruination. Ich denke Ruination macht jetzt mehr Schaden. Okay. Ja. Besonders wegen Reflektor. Gut. Und Wirbelwind. Obwohl der wird jetzt Lichtschild setzen oder auch nicht. Okay. Das Ding können wir besiegen. Und wenn er sich dann Setupen würde, könnten wir theoretisch noch theoretisch in der nächsten Runde Wirbelwind drücken. Tinglu ist eigentlich auch ein fantastisches Pokémon. Es ist sogar im U-Bestier besser. Besonders eigentlich. Allein aus dem Fakt, dass mir Raidon drinnen ist, sind Ground-Types viel besser. So. Hier gehen wir auf Wirbelwind. Das Training ist okay. Okay. Dammit. Der bekommt einen Spezialangriffs-Boost. Ist der Skaff? Ich hoffe nicht. So. Wir gehen einfach mal in Skeldurch, Chera und Hex. Oder Torch-Song. Hex glaube ich ist besser. Also über Mimigma mache ich mir keine Sorgen. So. Sputball ist ganz knapp ein Two-Shot. Das ist nicht gut. Warte mal. Das kann ich... Ich wollte gerade... Okay. Okay. Das passt. Wenn er gerade Max-Roll bekommen hat. Und jetzt Min-Roll. Gut. Da können wir Will-Wisp drücken. Okay. Shadowsneak besiegt uns. Und wir gehen in Glotzer und hauen ihn ein. Kauen sie mit Toxin drauf. Und dann hätten wir dieses Game auch gewonnen. Wenn Toxin trifft. Sehr schön. Gut. Und jetzt gehen wir einfach mal immer auf Recover. Oder der Gegner gibt auf. Ja Leute. Dann haben wir diesen Kampf gewonnen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.